Bad Säckingen Bad Säckingen ist ein kleines Juwel, versteckt gelegen am südlichen Fuße des Schwarzwalds, direkt am Hochrhein und somit an der Schweizer Grenze. Hintergrund der Ortsäckingen wurde im Jahr 876 erstmals urkundlich erwähnt. Er entwickelte sich in der Nachbarschaft eines Frauenklosters, das ein irischer Wandermönch namens Fridolin gegründet hatte. Fridolin richtete davor seine Einsiedelei auf Grundsmissachtung auf einer Rheininsel ein. Im Jahr 1250 wurde Säckingen zur Stadt erhoben. Säckingen kam unter die Herrschaft der Habsburger, 1806 wurde es dem Großherzogtum Baden zugesprochen. Im Jahr 1935 wurde Obersäckingen eingemeindet. Seit 1973 sind die ehemals selbstständigen Orte Harpolingen, Rippolingen und Wallbach Stadtteil von Säckingen. Im Jahr 1978 bekam Säckingen das Prädikat Bad Verliehen. Mit dem Flugzeug die nächstgelegenen Flughäfen sind und der Mit der Bahn in Basel befindet sich der große Fernbahnhof der Region, der von West- und Norddeutschland direkt erreichbar ist. Die Züge von Deutschland und nach Bad Säckingen halten am Badischen Bahnhof der Deutschen Bahn, nicht in Basel SBB. Von Basel-Badischer Bahnhof fahren die Züge der Hochrheinbahn nach und weiter in Richtung Osten über Waldshut, singen und teilweise weiter nach Ulm für die Verbindung nach München, kann man die Verbindung über Ulm wählen, muss dann dort und oder in Ravensburg umsteigen. Als Landschaftsgenießer sollte man sich von Basel her kommend an das rechte Fenster in Fahrtrichtung setzen, dann hat man einen schönen Blick auf den Rhein, von Waldshut her kommend liegt der Rhein links. Die Anreise von der Schweizer Seite aus erfolgt aus Zürich am besten über Baden-Agi, der Weg über Schafhausen, und ab dort Hochrheinbahn der DB, ist etwas länger. Mit dem Interregion nach Baden-Agi, dort umsteigen auf den Regionalzug nach Koblenz-Agi, dann mit der S41 auf die andere Rheinseite nach Waldshutien, wo auf die Hochrheinlinie der DB Richtung Basel-Bad Bahnhof umgestiegen werden muss. Wer gut zu Fuß ist, kann natürlich von dem schweizerischen Bahnhof Steinseckingen nach Badseckingen laufen. Mit mehreren Personen oder möchte man kreuz und quer, rechnet sich unter Umständen das Baden-Württemberg-Ticket. Mit dem Radbus der Süd-Badenbus führt an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von Mai bis Oktober und in den Sommerferien täglich einen Radbus in den Herzenwald. Mit dem Fahrrad Rheintalweg, Teil des Rheinradwegs Süd-Schwarzwaldradweg, Naturpark Süd-Schwarzwald. Auf der Straße Vom Norden-Westen, nördlich des Rheins, fahrt auf der Autobahn A5 in Richtung Basel, dort kurz vor Basel wechselt auf die gut ausgebaute A98-861 bis Rheinfelden, von dort anschließend ostwärts auf der B34. Vom Süden, von Basel auf der A2 ostwärts, dann weiter auf der A3 in Richtung Zürich. Der A3 verlassen beim Anschluss Eiken, dann auf der Hauptstraße 7 bis Steinagi, im Westen wird dann auf der modernen Friedolinsbrücke der Rhein überquert. Vom Osten, aus Richtung Waldshutien verläuft die B34 westwärts. Mobilität Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten befinden sich im Stadtzentrum und sind leicht zu Fuß zu erreichen. Um die Umgebung zu erkunden und beispielsweise, den romantischen Vororten Wallbach oder Obersäckingen einen Besuch abzustatten, bietet sich auch ein Fahrrad an. Ansonsten sind die Vororte auch gut mit SBG-Bussen oder dem City-Bus zu erreichen. Informationen über aktuelle Fahrpläne finden sich unter www.bahn.de Das westlich von Bad Säckingen gelegene Wallbach ist auch mit dem Schifftrompeter von Säckingen erreichbar. Sehenswürdigkeiten Die meisten interessanten Sehenswürdigkeiten befinden sich nahe der Innenstadt. Die romantische Altstadt Das Sankt Friedolinsmünster, vom romanischen Kirchenbau aus dem 11. J.D.T. Stammen noch Teile der Krypta Nach einem verheerenden Brand 1343-60 wurde die Kirche in gotischen Stil wieder aufgebaut, 1698-1727 wurde der Bau renoviert und dem Zeitgeschmack entsprechend im Barockstil umgebaut, die beiden Zwiebeltürme und die Fresken stammen aus dieser Epoche. In der Friedolinskapelle rechts des Chors wird der aus dem Jahre 1764 stammende Silberschrein mit den Gebeinen des heiligen Friedolin, der Stiftschatz in der Schatzkammer ist nur in Führungen zugänglich. Die gedeckte Holzbrücke minus die Rheinbrücke ist mit 203,7 Metern die längste gedeckte Holzbrücke Europas. Ein Brückenbau wurde 1272 erstmals urkundlich erwähnt. Die Brücken nahm wiederholt Schaden und wurde 1699 nach Beschädigung im Holländischen Krieg wieder aufgebaut. Seit Eröffnung der Friedolinsbrücke im Westen der Stadt wird die Holzbrücken nur noch vom Fußgänger- und Fahrradverkehr genutzt. Sie ist länger als die vielbesuchte Holzbrücke von Luzern und befindet sich beim Rhein-Kilometer 192. Das Schloss Schönau, Trompeterschlösschen, mit Trompetenmuseum und Schlosspark wurde 1680 von Hans Kaspar von Schönau errichtet und wiederholt umgebaut. 1928 wurde im von der Stadt erworbenen Gebäude das Hochrheinmuseum eingerichtet. Im Schlosspark sind das T-Häuschen, eine Voliere und ein Kakteengarten sehenswert. Im Schäffelzimmer sind in Erinnerung an den Aufenthalt des Dichters und Schriftstellers Josef Victor von Schäffel, der das in der deutschen Literatur bekannte Werk der Trompeter von Säckingen verfasste, Erinnerungsstücke und eine Erstausgabe von 1854 ausgestellt. Neu kam ein Trompetenmuseum dazu. Der Diebsturm war Teil der alten Stadtbefestigung und wurde in den Schlosspark einbezogen und wiederholt umgebaut. Der Galosturm wurde 1343 als Wellenbrecher zum Hochwasserschutz an der Stelle, an der der alte Rheinarm abzweigte, welcher die Altstadt bis zu seiner Zuschüttung zur Insel gemacht hatte, erbaut. Die Villa Berberich, die vom Weber-Rei-Stoffdruckerei-Besitzer Ignaz Berberich 1874 erbaute Villa wurde später als internistische Abteilung des Kreiskrankenhauses genutzt und beherbergt heute Kunstausstellungen. Der Bergsee wurde 1802 Drittel durch Menschenhand verändert und mit einem Tiergehege und einer Gastwirtschaft erweitert. Die Friolin-Insel entstand aus einer Sandbank nach Absinken des Rheinspiegels als Folge des Kraftwerkbaus nach 1961, die bewachsene Insel steht unter Schutz und darf nicht betreten werden. Erst 2013 wurde festgelegt, dass die Insel definitiv zum Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland gehört. Wallbach Das Dorf Wallbach mit ca. 1500 Einwohnern wurden 1972 nach Säckingen eingemeindet. Es liegt gut drei Kilometer westlich des Stadtkerns. Erreichbar mit dem Bus oder mit dem Schiff Trompeter von Säckingen. Dort kann man gemütlich am Rhein entlang spazieren, in einem der ländlich geprägten Gasthöfe einkehren oder das zumindest in Deutschland einzigartige Müllmuseum besuchen. Es gibt dort auch ein kleines Museumscafé. Aktivitäten Ein Spaziergang zum Bergsee, Achtung! Außerhalb der Stadt, Erkundung des Wildgeheges. Auf dem Kneipppfad wandeln, beim Bergsee. Ein Besuch im Aqualon, Aqualontherme. Schwimmen im Rhein. Im Sommer besucht es im Stadtwald gelegenen Freibades, Waldbad, mit Wellnessbecken, Freizeitbecken, Kinderplanschbecken und Sportbecken inklusive Sprungturm. Rundfahrt mit dem Fahrgastschiff Trompeter von Säckingen auf dem Hochrhein bis zum Kraftwerk und Fluss abwärts bis Schwörstadt. Ausgedehnte Fahrten mit dem Mountainbike durch den südlichen Hotzenwald-Sabine-Spitz-Mountainbike-Park oberhalb des Freibads. Im Winter erreicht man in weniger als 30 Autominuten das Skilanglaufzentrum Hotzenwald. Wandern mit Vertretern des ortsansässigen Schwarzwaldvereins. Golfen Info at golfwelt-hochrhein.de Mit Kindern Indoor, Dschungel, Spielplatz Wildkits Aqualon, keine Altersbegrenzung meist nicht überfüllt, auch Textilsauna. Am Wochenende Stadtführung mit dem Trompeter oder Stadtgründer Friedolin Tretboot fahren am Bergseemüllmuseum Siehe unten Katerhiede Geigei Brunnen. Ausflüge auf zahlreichen Touren mit mehr als 200 Kilometern Länge darf sich der nördlich der Stadt beginnende Hotzenwald als Paradies für Wanderer bezeichnen. Radfahrer schätzen das abwechslungsreiche Spiel zwischen den Bergen und dem Rheintal. Mountainbiken Bad Säckingen ist ein hervorragend gelegener Ausgangspunkt für anspruchsvolle Touren mit dem Mountainbike in den südlichen Schwarzwald. Die Stall zum Rhein abfallende Flanke des Hotzenwaldes ermöglicht es dem ambitionierten Fahrer bei jeder Tour einige hundert Höhenmeter zu absolvieren. Dabei kann zwischen steilen und gemütlicheren Varianten gewählt werden. Wer den Nervenkitzel mag, tobt sich in der Sabine-Spitz-MTB-Arena aus, die anlässlich der deutschen Meisterschaften im Cross-Country-MTB im Jahr 2012 angelegt wurde und kostenfrei genutzt werden kann. Veranstaltungen ausgelassen wird nachweislich schon seit 1272 alljährlich Fasnacht gefeiert. Die fünfte Jahreszeit beginnt traditionell mit dem ersten Fesen, dem dritten Donnerstag vor Fasnacht. Dann bringen die Wälder im alten, feinsten, schwarzen Anzug unter großem Jubel und angefeuert vom Narinaro den Narrenbaum auf den Münsterplatz. Am dritten Fesen übernehmen die Wieber das Narrensitter. In bodenlangen Kleidern und mit wagenradgroßen Hüten geschmückt ziehen sie feiern durch die Innenstadt und anschließend zum großen Wieberklatsch in den Chursaal. Hexen, Geister, Jorgle und Koggemusiken bevölkern am Fasnachtssamstag die Straßen. Klein, aber fein, präsentiert sich der Fasnachtsmäntichumzug. Am Dienstag endet die Badseckinger Fasnacht unter lautem Wehklagen der Hühler, die in weiße Umhänge gehüllt und mit weiß geschminkten Gesichtern im Fackelschein ihren Böck auf den Scheiterhaufen tragen. Friolin-Prozession im März Trompeterlauf Einkaufen in Bäckereien ist die Süßigkeit Rheinkiesel erhältlich, die tatsächlich wie ein kleiner Stein aus dem Rhein aussieht. In den Bäckereien gibt es auch Süßigkeiten mit einem Bild des Trompeters von Säckingen, sehr als Souvenir zu empfehlen. Küche eigentlich darf so nahe am Schwarzwald die gleichnamige Kirschtorte, der Schinken, ein Maulhaschengericht und oder ein Zibergle, Obstbrand, nicht fehlen. Gehobene Preisklasse Gut bürgerlich Kaffees Nationalitäten italienisch Chinesisch Griechisch Fast Food Nachtleben Bad Säckingen bietet mit Ausnahme des Tanzlokals Feelings, am Ortsausgang Richtung Wallbach gelegen, wenig Lokalitäten für das Nachtleben. In Säckingen gibt es dann noch das Titanic. Einen gemütlichen Kneipenabend kann man jedoch in den zahlreichen Gaststätten der Innenstadt erleben. Über das aktuelle Kulturprogramm kann man sich kostenlos in der Kurverwaltung in der Nähe des Bahnhofs informieren. Unterkunft Apotheken Praktische Hinweise Bad Säckingen oder 10 Minuten mit Auto, Wanderung zum Rötekopf, Aussichtspunkt, Abbergsee oder Wildgehege.